Moin Freunde, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Worum es heute in diesem Video geben wird, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei! Meine Freunde, was geht ab? Ich fahre morgen in den Urlaub, werde euch dort mitnehmen, werde also jeden Tag ein Daily Video drehen, also ich fahre eine Woche weg und werde jeden Tag für euch ein neues Video haben. Ich hoffe, sie werden euch auf jeden Fall gefallen. Es bleibt spannend, bleibt dran Freunde! Wenn es euch dann gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall jeden Tag für ein neues Video ein Like da, schreibt mir unten in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat, abonniert mich, aktiviert die Glocke und damit würde ich sagen, auf Wiederschauen und reingehauen Freunde! Bis zum nächsten Mal!